Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 Video von Top Trends. In unserem heutigen Video dreht sich alles um die nach unserer Meinung nach 5 besten Suppenkocher. Egal ob du ein Suppenliebhaber bist, der gerne neue Rezepte ausprobiert, oder einfach nur nach einem praktischen und effizienten Weg suchst, um köstliche Suppen zuzubereiten, in diesem Video wirst du fündig. Von innovativem Design über leistungsstarke Funktionen bis hin zu einfacher Bedienung haben wir für dich die besten Suppenkocher auf dem Markt herausgesucht. Wir haben diese Liste wie immer aufgrund von umfangreichen Recherchen zusammengestellt und die besten Suppenkocher ausgewählt, die Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bieten. Dazu zählen unter anderem auch tausende Kundenbewertungen, zahlreiche Testberichte und vieles mehr, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse der verschiedenen Käufertypen erfüllen. Die Links zum Kaufen oder aber um dich weiter zu den entsprechenden vorgestellten Suppenkochern zu informieren findest du unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Die aktuellen Preise zeigen wir dir ebenfalls. Diese können sich aber mit der Zeit auch ändern, je nachdem wann du das Video schaust. Also, sei gespannt! Wir werden jeden Suppenkocher im Detail betrachten, seine einzigartigen Eigenschaften erkunden und herausfinden warum es sich lohnt in die besten Suppenkocher zu investieren. Lass uns ohne weitere Verzögerung beginnen, mit Platz Nummer 5, dem Morphe Richards Sauté Entzugmaker Hier haben wir den Suppenbereiter, der deine Kocherfahrung revolutionieren wird. Der Morphe Richards Sauté Entzugmaker ist nicht nur ein Multikocher, sondern auch dein kulinarischer Partner für köstliche Suppen und mehr. Mit einer Kapazität von 1,6 Litern und seinem gebürsteten Edelstahl-Design wird er nicht nur zum praktischen, sondern auch zum stylischen Teil deiner Küche. Dieser Suppenbereiter macht das Kochen zum Kinderspiel. Alles was du tun musst ist deine Zutaten vorzubereiten, sie in den Suppmaker zu geben und das gewünschte Programm auszuwählen. Die vier Einstellungen, glatt, klobig, saftig und gemischt, sorgen dafür, dass die Textur deiner Suppe genau deinem Geschmack entspricht. Die Anbratfunktion ermöglicht es dir sogar Zwiebeln, Speck oder Gewürze direkt im Gerät anzubraten, um deiner Suppe einen intensiven Geschmack zu verleihen. Eine weitere beeindruckende Funktion dieses Suppenbereiters ist die Pausefunktion. Du kannst den Kochvorgang anhalten, den Deckel entfernen, Gewürze hinzufügen und dann den Kochvorgang nahtlos fortsetzen. Dadurch hast du die volle Kontrolle über den Geschmack deiner Suppe und kannst sie ganz nach deinem Gusto anpassen. Nach dem Genuss deiner köstlichen Suppe steht die Reinigung an. Dank der Antihaftbeschichtung ist dies jedoch ein Kinderspiel. Ein einfaches Ausspülen und Abwischen genügen, um den Suppenbereiter wieder einsatzbereit zu machen. Und wenn du nach neuen kulinarischen Inspirationen suchst, wirf einen Blick in die Gebrauchsanleitung, die eine Vielzahl von leckeren Rezepten enthält, von Tomaten-Basilikum-Suppe bis zu exotischen Kürbis-Kokossuppen. Insgesamt ist der Morphe Richards Sauté & Soup Maker ein praktisches und stylisches Gerät, das nicht nur deine Zeit in der Küche minimiert, sondern auch deine kulinarische Kreativität beflügelt. Mit seinen vielseitigen Funktionen, der intuitiven Bedienung und der leichten Reinigung ist er der ideale Begleiter für alle, die gesunde und köstliche Suppen lieben. Wenn du also ein Fan von hausgemachten Suppen bist oder einfach nur nach einer Möglichkeit suchst deine Kochroutine zu vereinfachen, dann ist dieser Suppenbereiter genau das Richtige für dich. Bei Amazon erreicht der Morphe Richards Sauté & Soup Maker eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 3.200 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 114 Euro. Auf Platz Nummer 4 haben wir den Domo DO 705 BL Suppenkocher. Der Domo DO 705 BL Suppenkocher beeindruckt vom ersten Moment an mit seinem atemberaubenden Edelstahlgehäuse. Dieses Material ist nicht nur hygienisch, sondern verleiht deiner Küche auch einen Hauch von Stil und Eleganz. Die Größe ist ebenfalls bemerkenswert. Mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern ist dieser Suppenkocher perfekt für Familien geeignet. Du kannst genug Suppe für alle zubereiten, ohne dabei in mehreren Durchgängen arbeiten zu müssen. Das bedeutet weniger Aufwand und mehr Zeit um dein Essen zu genießen. Aber das ist noch nicht alles. Der Suppenkocher wird mit zwei abnehmbaren Klingen geliefert, die für verschiedene Konsistenzen sorgen können. Egal ob du eine glatte Suppe bevorzugst oder Stücke von Gemüse in deiner Suppe magst, dieser Suppenkocher kann beides problemlos bewältigen. Die Möglichkeit auch Babynahrung zuzubereiten, ist ein zusätzlicher Bonus der diesen Suppenkocher zu einem Muss für junge Eltern macht. Mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt bringt dieser Suppenkocher Wasser in Rekordzeit zum Kochen. Innerhalb von 20 Minuten kannst du eine köstliche Suppe zubereiten, ganz gleich für welches Programm du dich entscheidest. Die sechs verschiedenen Programme, darunter Mixen, Smooth, Chunky, Extra Smooth, Juice, Gelee und eine Extra-Reinigungsfunktion, bieten eine breite Palette an Optionen für deine kulinarischen Kreationen. Die Tatsache, dass dieser Suppenkocher nicht nur effizient sondern auch energieeffizient ist, macht ihn noch attraktiver. Du kannst köstliche Suppen genießen, ohne dabei deine Energiekosten in die Höhe zu treiben. Die innovative Technologie sorgt dafür, dass die Suppe gleichmäßig und gründlich gekocht wird, wodurch du jedes Mal perfekte Ergebnisse erzielst. Der Suppenkocher ist außerdem mit einem LED-Display ausgestattet, das nicht nur stilvoll aussieht, sondern auch äußerst funktional ist. Du kannst den Timer einstellen und wirst durch einen Signalton benachrichtigt, wenn deine Suppe fertig ist. Das bedeutet, dass du während des Kochvorgangs andere Aufgaben erledigen kannst, ohne ständig in die Küche zurückkehren zu müssen. Bequemlichkeit und Effizienz in einem Gerät vereint. Nun da wir das Design und die Leistung dieses Suppenkochers betrachtet haben, werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie einfach und vielseitig seine Anwendung ist. Das Beste an diesem Gerät ist seine kinderleichte Bedienung. In nur wenigen Minuten kannst du alle gewünschten Zutaten, sei es frisches Gemüse, Gewürze, Nüsse oder Wasser in die Kanne geben. Dann wähle einfach eines der sechs Programme aus, und schon kann es losgehen. Möchtest du eine glatte Suppe für ein elegantes Dinner oder eine herzhafte Gemüsesuppe mit Stücken für ein rustikales Abendessen? Mit diesem Suppenkocher hast du die volle Kontrolle über die Konsistenz deiner Suppe. Die Flexibilität zwischen verschiedenen Texturen wählen zu können ist beeindruckend und macht diesen Suppenkocher für jeden Kochstil geeignet. Aber der Domodeo 705BL Suppenkocher kann noch mehr. Denk an hausgemachte Konfitüre oder frische Smoothies, dieses Gerät ist nicht nur auf Suppen beschränkt. Dank seiner XL-Klinge können verschiedene Arten von Lebensmitteln problemlos gemixt werden. Die beiliegende Rezeptbroschüre ist eine wahre Inspirationsquelle. Sie regt dazu an, eigene Kreationen zu entwickeln und das volle Potenzial dieses Suppenkochers auszuschöpfen. Lass uns nun einen Blick auf die technischen Details werfen, die diesen Suppenkocher zu einem zuverlässigen Küchenhelfer machen. Die zwei abnehmbaren Messer garantieren eine gleichmäßige Zerkleinerung deiner Zutaten, egal wie hart sie sein mögen. Die intuitive Reinigungsfunktion erleichtert die Pflege des Geräts erheblich, was dir zusätzliche Zeit und Mühe erspart. Zusammenfassend ist der Domo DO 705 BL Suppenkocher ein echter Küchenchampion. Mit seinem stilvollen Edelstahlgehäuse, der großzügigen 2 Liter Kapazität, den sechs vielseitigen Programmen und der benutzerfreundlichen Bedienung ist dieses Gerät ein Muss für jede Küche. Die Möglichkeit, Suppen, Smoothies, Konfitüren und mehr in kürzester Zeit zuzubereiten, macht ihn zu einem wertvollen Küchenbegleiter für Familien, Singles und Hobbyköche gleichermaßen. Dank seiner Präzision, Effizienz und Energieersparnis ist der Domo DO 705 BL Suppenkocher nicht nur ein praktisches, sondern auch ein nachhaltiges Gerät. Mit dem mitgelieferten Rezeptheft kannst du kreative kulinarische Abenteuer erleben und neue Gerichte entdecken, die deine Familie und Freunde begeistern werden. Insgesamt bietet der Domo DO 705 BL Suppenkocher nicht nur eine einfache Möglichkeit köstliche Speisen zuzubereiten, sondern auch eine Inspirationsquelle für kulinarische Kreationen. Bei Amazon erreicht der Domo DO 705 BL Suppenkocher eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 160 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei knapp 75 Euro. Platz Nummer 3 erreicht der Rommelsbacher Veggie Drink und Suppenbereiter SVD 1400. Der Rommelsbacher Veggie Drink und Suppenbereiter ist nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang in deiner Küche. Sein Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl strahlt Eleganz aus und ist gleichzeitig wärmeisoliert, was für zusätzliche Sicherheit beim Gebrauch sorgt. Die kompakten Abmessungen von 21,5 cm in der Tiefe, 23 cm in der Breite und 27,5 cm in der Höhe machen ihn platzsparend und ideal für kleine Küchen. Das benutzerfreundliche LED-Display zeigt nicht nur die ausgewählten Programme an, sondern informiert auch über die verbleibende Zubereitungszeit. Die Bedienung erfolgt über einen großen Programmwahl-Drehschalter und Touch-Control-Tasten, die ein intuitives Handling ermöglichen. Der Veggie Drink und Suppenbereiter Vera beeindruckt mit nicht weniger als neun verschiedenen Programmen, die eine breite Palette von kulinarischen Kreationen ermöglichen. Egal ob du dich nach einem erfrischenden Veggie Drink sehnst, einen herzhaften Eintopf kochen möchtest oder einen seidig glatten Smoothie bevorzugst, dieses Gerät hat für jeden Geschmack das passende Programm. Die Auswahl umfasst Veggie Drinks, Porridge, Mixgetränke, Smoothies und Suppen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es kreativ zu werden und eine gesunde Ernährung mit Leichtigkeit in den Alltag zu integrieren. Das Herzstück des Veggie Drink und Suppenbereiters bildet der Edelstahl-Innenbehälter mit integrierter Heizung und praktischer Ausgusthülle. Diese innovative Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung und ermöglicht das einfache Ausgießen der zubereiteten Speisen. Der abnehmbare Deckel ist mit einem leistungsstarken dreiflügeligen Wellenschliffmesser ausgestattet, das in Kombination mit der abnehmbaren Pürierglocke für besonders feine Texturen sorgt. Doch nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Sicherheit stehen im Fokus. Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Deckel abgenommen wird und verfügt über eine Überlaufsicherung sowie eine Temperatursicherung, die für maximalen Schutz während des Betriebs sorgen. Der Veggie Drink und Suppenbereiter Vera trägt nicht nur dazu bei kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern, sondern setzt auch ein Statement für Nachhaltigkeit. Durch die Möglichkeit Pflanzendrinks und Suppen zu Hause herzustellen, wird Verpackungsmüll vermieden. Dies ist nicht nur umweltfreundlich, sondern ermöglicht auch eine bewusste Ernährung, da man genau weiß welche Zutaten in den selbstgemachten Speisen enthalten sind. Ob Soja, Mandeln, Hafer oder Nüsse, die Zubereitung bedarfsgerechter Pflanzendrinks war nie einfacher und gesünder. Der Rommelsbacher Veggie Drink und Suppenbereiter SVD 1400 überzeugt nicht nur durch seine beeindruckende Leistungsfähigkeit, sondern auch durch seine Benutzerfreundlichkeit. Die Bedienung gestaltet sich denkbar einfach. Ein großer Programmwahl-Drehschalter und Touch-Control-Tasten ermöglichen eine intuitive Auswahl der verschiedenen Programme. Das übersichtliche LED-Display informiert nicht nur über die ausgewählten Einstellungen, sondern auch über die verbleibende Zubereitungszeit. Mit der separaten Pulsfunktion kannst du das Gerät punktgenau steuern, um die von dir gewünschte Konsistenz zu erreichen. Auch die Reinigung gestaltet sich unkompliziert. Der Edelstahl-Innenbehälter sowie der abnehmbare Deckel und die Pürierglocke können leicht von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Reinigungsprogramm unterstützt zusätzlich bei der gründlichen Säuberung des Geräts. Durch die durchdachte Konstruktion und die abnehmbaren Teile ist der Veggie-Drink und Suppenbereiter schnell und einfach zu reinigen, was die Nutzung im Alltag noch angenehmer macht. Der Veggie-Drink und Suppenbereiter Vera von Rommelsbacher ist nicht nur ein Küchengerät, sondern ein echter Begleiter für alle, die eine vegane oder bewusste Ernährung praktizieren möchten. Die Möglichkeit Pflanzendrinks und Suppen ohne künstliche Zusätze herzustellen, ist ein großer Vorteil für alle, die ihre Ernährung selbstbestimmt gestalten möchten. Mit diesem Gerät wird die Zubereitung von Milchalternativen wie Soja, Mandel oder Hafermilch zum Kinderspiel. Auch für Menschen mit Laktoseintoleranz ist der Veggie-Drink und Suppenbereiter eine ideale Lösung, um köstliche und verträgliche Alternativen zu Milchprodukten zu kreieren. Insgesamt beeindruckt der Rommelsbacher Veggie-Drink und Suppenbereiter SVD 1400 mit seiner durchdachten Technik, seiner Vielseitigkeit und seinem Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise. Die hochwertigen Materialien, die benutzerfreundliche Bedienung und die zahlreichen Sicherheitsfeatures machen dieses Gerät zu einer guten Wahl für diejenigen, die Wert auf gesunde, selbstgemachte Lebensmittel legen. Die Möglichkeit Veggie-Drinks, Suppen und Smoothies nach eigenem Geschmack und Bedarf zuzubereiten, ist nicht nur praktisch, sondern auch genussvoll. Wer also nach einem Gerät sucht, das nicht nur kulinarische Kreativität ermöglicht, sondern auch die Umwelt schont und einen bewussten Lebensstil unterstützt, wird mit dem Rommelsbacher Veggie-Drink und Suppenbereiter Vera definitiv fündig. Bei Amazon erreicht der Rommelsbacher Veggie-Drink und Suppenbereiter SVD 1400 eine Kundenzufriedenheit von 3,8 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit 20 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 150 Euro und damit 12% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 170 Euro. Platz Nummer 2 verdient sich der Moulinex Easy Soup Stand Mixer. Der Moulinex Easy Soup Stand Mixer ist nicht nur ein Suppenkocher, sondern ein echtes Multitalent in der Küche. Mit seinen 5 automatischen Programmen kannst du nicht nur samtige Suppen zubereiten, sondern auch Suppen mit Stücken, Kompotte und sogar kalte Zubereitungen wie Smoothies und Cocktails mixen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es dir eine Vielzahl von Gerichten mit nur einem Gerät zu kreieren. Das Beste daran ist die intuitive Bedienung. Die LED-Schnittstelle macht die Handhabung kinderleicht. Mit nur zwei Klicks startest du das gewünschte Kochprogramm und dein Easy Soup Stand Mixer erledigt den Rest für dich. Das bedeutet weniger Stress in der Küche und mehr Zeit um köstliche Mahlzeiten zu genießen. Mit seinen beeindruckenden 1000 Watt Leistung zaubert der Moulinex Easy Soup Stand Mixer im Handumdrehen perfekt gemixte Suppen und andere Gerichte. Die vier abnehmbaren Edelstahlklingen sorgen für eine gleichmäßige und gründliche Vermischung aller Zutaten. Egal ob du eine cremige Suppe oder einen erfrischenden Smoothie zubereiten möchtest, dieser Suppenkocher liefert stets optimale Ergebnisse. Außerdem ist der Easy Soup doppelwandig isoliert, was nicht nur für eine sichere Handhabung während des Betriebs sorgt, sondern auch deine Speisen für eine längere Zeit warm hält. Die Warmhaltefunktion hält deine Suppe nach der Zubereitung ganze 40 Minuten lang auf optimaler Temperatur, sodass du sie in aller Ruhe genießen kannst. Die Reinigung von Küchengeräten kann oft lästig sein, aber nicht mit dem Moulinex Easy Soup Stand Mixer. Dieses innovative Gerät verfügt über ein praktisches Reinigungsprogramm, das dir die lästige Arbeit abnimmt. Einfach das Reinigungsprogramm starten und schon werden die Klingen und die Schüssel gründlich gereinigt, ohne dass du selbst Hand anlegen musst. Zudem ist der Easy Soup leicht zu verstauen, dank des abnehmbaren Netzkabels und seiner kompakten Bauweise. Du kannst ihn problemlos in deiner Küche verstauen, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen. Diese Nutzerfreundlichkeit macht ihn zum perfekten Begleiter für jede Küche, egal wie groß oder klein sie ist. Das inkludierte Rezeptheft mit 30 leckeren Rezepten für alle Jahreszeiten wird dich zu neuen kulinarischen Höhenflügen inspirieren. Egal ob du dich für herzhafte Suppen, erfrischende Smoothies oder köstliche Cocktails interessierst, dieses Rezeptheft bietet eine Fülle von Ideen die deine Geschmacksknospen verwöhnen werden. Ob du nun Anfänger in der Küche oder ein erfahrener Koch bist, diese Rezepte sind einfach umzusetzen und versprechen Genuss pur zu jeder Jahreszeit. Der Moulinex Easy Soup Stand Mixer mit seinen 5 automatischen Programmen, doppelwandiger Isolierung, leistungsstarken 1000 Watt und dem praktischen Reinigungsprogramm ist ein echtes Must-Have für alle Kochliebhaber. Die Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und die inspirierenden Rezepte machen ihn zu einem unverzichtbaren Küchenhelfer. Mit diesem intelligenten Suppenkocher sparst du nicht nur Zeit, sondern bringst auch eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten auf den Tisch. Egal ob du Suppen, Smoothies, Cocktails oder Kompotte magst, der Moulinex Easy Soup Stand Mixer wird deine Kochgewohnheiten revolutionieren. Bei Amazon erreicht der Moulinex Easy Soup Stand Mixer eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 700 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 125 Euro. Den ersten Platz in unserer Liste der 5 besten Suppenkocher hat sich der Ninja Foodie Mixer Suppenkocher HB150 EU verdient. Der Ninja Mixer und Suppenkocher ist mehr als nur ein gewöhnlicher Mixer. Mit einer Leistung von 1000 Watt und einem beeindruckenden Gewicht von 5,6 Kilogramm ist der robust und leistungsstark zugleich. Das Gerät ist mit gebürsteten Edelstahlklingen, einem hitzebeständigen Glaskrug und Plastikkomponenten ausgestattet, die eine langlebige Nutzung ermöglichen. Das Fassungsvermögen des Glaskrugs beträgt großzügige 1,7 Liter, perfekt für die Zubereitung großer Portionen von Suppen, Soßen oder Smoothies. Was diesen Mixer und Suppenkocher besonders macht, ist seine Fähigkeit gleichzeitig zu mixen und zu kochen. Dank des eingebauten Heizelements kannst du frische Zutaten direkt im Mixbehälter zerkleinern und sortieren, bevor sie in Perfektion gekocht werden. Dieses Gerät nimmt dir dabei den Großteil der Arbeit ab, denn es ist mit 10 Auto-IQ-Programmen ausgestattet, die Impuls-, Pausen- und Mixfunktionen mit präziser Temperaturregelung kombinieren. Der Mixer und Suppenkocher wird von einem kraftvollen 1000 Watt Motor angetrieben, der die hochgeschwindigen Messer antreibt. Diese speziell entwickelten Klingen können mühelos ganze Früchte, Gemüse, Nüsse, Samenkörner und sogar Eis zerkleinern. Dies bedeutet, dass du nicht nur köstliche Suppen, sondern auch Milchshakes, Sorbets und sogar heiße Schokolade zubereiten kannst, und das alles mit nur einem einzigen Gerät. Durch die 10 vorprogrammierten Auto-IQ-Programme ist die Zubereitung von verschiedenen Gerichten ein Kinderspiel. Von Eintöpfen über feine Suppen bis hin zu Marmeladen kannst du dich inspirieren lassen und kreative Rezepte ausprobieren. Falls du lieber selbst die Kontrolle behältst, gibt es 6 manuelle Einstellungen mit denen du die Mixgeschwindigkeit und Temperatur nach deinen Wünschen anpassen kannst. Der Ninja Mixer und Suppenkocher erleichtert dir nicht nur die Zubereitung von Speisen, sondern auch die Bedienung und Reinigung. Der Glaskrug ist hitzebeständig und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die das Reinigen zum Kinderspiel macht. Der Deckel verfügt über einen Spritzschutz und einen integrierten Messbecher, was das Hinzufügen von Zutaten während des Mixens erleichtert. Ein besonderes Highlight ist die Selbstreinigungsfunktion. Auf Knopfdruck spült das Gerät die Kanne aus und die speziell entwickelte Reinigungsbürste hilft dir die Messer sicher zu säubern. So bleibt dein Gerät hygienisch und einsatzbereit für dein nächstes kulinarisches Abenteuer. Du fragst dich sicherlich, was diesen Ninja Mixer und Suppenkocher so besonders macht. Hier sind die beeindruckenden Funktionen und Programme im Detail, die dir ein unvergleichliches Kocherlebnis bieten. Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Geräts ist die Auto IQ Technologie. Mit 10 vorprogrammierten Auto IQ Programmen kannst du ein breites Spektrum an Gerichten zubereiten, darunter auch Eintöpfe, feine Suppen und vieles mehr. Diese intelligenten Programme kombinieren Impuls, Pausen und Mixfunktionen mit präziser Temperaturregelung. Das bedeutet, dass das Gerät für dich den optimalen Mix- und Kochprozess durchführt, ohne dass du dir selbst Gedanken machen musst. Für diejenigen unter euch, die gerne kreativ in der Küche sind, bietet der Ninja Mixer und Suppenkocher sechs verschiedene manuelle Einstellungen. Hier kannst du die Mixgeschwindigkeit und Temperatur nach deinen persönlichen Vorlieben anpassen. Mit dieser Flexibilität kannst du individuelle Rezepte entwickeln und deine Gerichte ganz nach deinem Geschmack anpassen. Du kannst aber nicht nur Suppen kochen, sondern eine Vielzahl von Speisen zubereiten, darunter auch Chutneys, Fondue-Soßen, Nachspeisen, heiße Schokolade und mehr. Dieses 2-in-1-Gerät macht es dir wirklich einfach sowohl kalte als auch warme Leckereien zuzubereiten. Mit diesen beeindruckenden Funktionen und Programmen bietet der Ninja Mixer und Suppenkocher eine nahtlose und praktische Kocherfahrung. Egal ob du ein erfahrener Koch oder ein Anfänger in der Küche bist, dieses Gerät macht das Zubereiten von köstlichen Speisen zum Kinderspiel. Das Zubereiten von Suppen war noch nie so einfach und schnell wie mit dem Ninja Mixer und Suppenkocher. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in nur 20 Minuten eine köstliche Suppe zubereiten kannst. Nimm deine frischen Zutaten, sei es Gemüse, Fleisch oder Gewürze und bereite sie vor. Schneide sie in kleine Stücke, sodass sie leicht im Mixbehälter verarbeitet werden können. Der Mixer und Suppenkocher ist mit speziellen Pre-Cook-Einstellungen ausgestattet, die es dir ermöglichen Zutaten wie Zwiebeln und frische Kräuter schnell und effizient direkt im Mixbehälter zu schneiden und zu sortieren. Dieser Schritt ist entscheidend für maximales Aroma in deiner Suppe. Nachdem die Pre-Cook-Einstellungen ihre Magie vollbracht haben, füge die übrigen Zutaten hinzu. Starte dann das entsprechende Auto-IQ-Programm oder wähle manuell die gewünschte Mischgeschwindigkeit und Temperatur aus. Die scharfen Edelsteuerklingen mixen die Zutaten zu einer cremigen oder stückigen Suppe, je nach deinem Wunsch. Nach dem Mixen kannst du das integrierte Heizelement aktivieren, um deine Suppe perfekt zu garen. Das Gerät überwacht die Temperatur automatisch und stellt sicher, dass deine Suppe gleichmäßig und gründlich gekocht wird. Durch diese innovative Funktion erhältst du in kürzester Zeit eine frische, heiße Suppe, die nicht nur lecker schmeckt, sondern auch die Nährstoffe bewahrt. Nach nur 20 Minuten ist deine köstliche, hausgemachte Suppe fertig. Gieße sie vorsichtig aus dem hitzebeständigen Glaskook und serviere sie heiß. Du kannst deine Suppe dann nach Belieben würzen und garnieren, um sie ganz nach deinem Geschmack zu oder einem Spritzersahne garnierst, deine Suppe wird sicherlich jeden Gaumen erfreuen. Dieser einfache und schnelle Prozess macht es selbst Anfängern in der Küche leicht, gesunde und leckere Suppen zuzubereiten. Mit dem Ninja Mixer und Suppenkocher kannst du dich auch von Fertigsuppen verabschieden und stattdessen frische, nährstoffreiche Suppen genießen, die deine Familie und Gäste begeistern werden. Der Ninja Mixer und Suppenkocher HB150 EU ist nicht nur ein Küchengerät, sondern ein kulinarischer Partner, der deine Kocherfahrung auf eine neue Ebene hebt. Seine Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und intelligente Bedienung machen ihn zu einem Must-Have in jeder Küche. Mit der Auto-IQ-Technologie und der Vielzahl an Programmen kannst du eine Vielzahl von Gerichten mit minimalem Aufwand zubereiten. Die Möglichkeit sowohl zu mixen als auch zu kochen spart nicht nur Zeit, sondern auch Platz in deiner Küche. Die Selbstreinigungsfunktion und die einfache Wartung machen das Gerät benutzerfreundlich und pflegeleicht. Das mitgelieferte Rezeptbuch bietet Inspiration für eine Vielzahl von Gerichten, die du mit diesem Gerät zubereiten kannst. Sei es eine herzhafte Suppe, einen erfrischenden Smoothie oder eine aromatische Soße, der Ninja Mixer und Suppenkocher ist dein treuer Begleiter in der Küche. Insgesamt überzeugt der Ninja Mixer und Suppenkocher nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Er ist ideal für Kochliebhaber, die gerne experimentieren, ebenso wie für vielbeschäftigte Familien, die schnell gesunde Mahlzeiten auf den Tisch bringen möchten. Bei Amazon erreicht der Ninja Mixer und Suppenkocher eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen, bei derzeit über 1100 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 150 Euro und damit 12% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 170 Euro. Das war's mit unserem Video über die 5 besten Suppenkocher. Noch einmal zur Erinnerung. Du findest alle Links zum Kaufen oder aber um dich weiter zu informieren, in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass der richtige Suppenkocher für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu einem der vorgestellten Suppenkocher haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.